Nanny für 100% Imprint. Du, ach, das ist ein 85er Eiswiffern, ja? Und Imprinten schön und gut, aber muss man das denn alles voll haben? Ist doch eigentlich ideal. Was habe ich denn mit dem Vieh vor? Das soll was tragen können, das soll relativ schnell fliegen, wobei das macht der Griff ihn eigentlich noch besser, aber ja, was soll der denn? Der soll schön aussehen. Ich bin vor allem ein Ding mal gespannt, wie der aussieht. Ich hatte ja noch nie einen. Das wäre doch noch dünkel. Wieso ist das so dünkel? Das ist mir ja dünkele, dünkele Lache. Lass ich euch mal Gamma anmachen. Ihr seht mich schon mal nix, ne? Guck mal, jetzt siehst du mehr. Ja, mit dem Imprinten, ich finde, das ist, äh, also bevor ich mich da 18 Stunden hinsetze. Ja gut, man kann natürlich jetzt auch die Nanny aufstellen, ne? Das ist klar. Aber was wollte die? Wollte die nicht Honig? Das Schlecker-Mäulchen. Hallo, Gamer! Eben, es passiert nichts, wenn ich das beende, weil es ein lokales Spiel ist. Richtig. Korrekt. Aber ich werde auch nicht 18 Stunden lang darüber streamen, wie der Drache groß wird. Äh, Wivan. Wivan, Wivan. Ich werde auch nicht 18 Stunden streamen, um zu sehen, wie der Wivan erwachsen wird. Das ist mir dann doch ein bisschen zu langsam, äh, langweilig. Und wenn mir das schon langweilig wird, wie soll das dann für euch erst sein? Guck mal, ein Lutstrahl. Oh, ein Lutstrahl. Ähm, sprach's und starb. Nein. Wir setzen uns hier hin, warten, auf was Böses kommt. Kommt was? Kommt direkt was ange... Guck mal, da ist eine Schildkröte. Die ist auch noch ganz gemächlich unterwegs. Alles gut. Den holen wir uns gerade. So. Deh. Zeichens. Toll, das brauche ich auch alles unbedingt. Ich nehme das mal mit, aber, ähm, Ich glaube, das habe ich alles schon gelernt. SindewittchenTV. Du solltest mal so... Ah, du solltest was trinken. Ja. Ja, hier, Kaffee, ne? Hm, hm. Weibchen geben Milch, aber nur 5, äh, 5. Alpha geben 50 Milch. Ja, ich weiß, aber die verdirbt ja dann auch. Ich habe ja nicht mal Salz. Das wäre ja schade. Ich weiß, ich habe eigentlich Angst. Ja, Nanny braucht Honig. Hm, siehste, wusste ich's doch. Da war doch was. Sollen wir da mal reinfliegen und gucken, was das da so... Vielleicht ist da ja ein Wiffer. Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Da kann man drüber hüpfen. Du hast gesagt, man kann da drüber hüpfen. Zisch. Ich hatte gesagt, über die Poller da hinten, aber das ist irgendwie verschwunden gegangen bei der Aufnahme. Okay, ähm, ich sehe hier nichts. Hier gibt es kein Wiffern. Das ist gut. Ich will doch nur mal kurz da hinten... Nur mal kurz. Äh, nur mal gerade eben schnell. Ist auch nicht besser. Ich wollte doch in die, in die, in die Nische gucken da. Guck mal, da liegt ein Ei. Ein Blitzwiffern-Ei. Und ein Blitzwiffern sehe ich hin. Ich sehe überhaupt keinen. Es sind keine Wiffern da. Wenn ich das Gamma mal ausmache, ne? Das ist alles so trübel hier. Ganna. Mhm, Ganna nehme ich auch. Mana. Ganna, so. Ist nicht ganz so trübel. Da sehe ich wenigstens was. Oder auch nicht. Eyal. Das ist kein Drache. Äh, Wiffern. Wiffern. Aber das ist ein Ei. Tumtadum. So ein Tag. So wunderschön wie heute. Oh, guck mal. Hier gibt es auch Schwefel. Äh. Oh, sprachsund hätte den Wiffern da hinten fast übersehen. Der hängt aber da fest, oder? Oder? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit dem Griffin machen sollte. Was ist denn das für einer? Lass mal kurz gucken. Level 20. Ist aber ein Kerl. Den können wir nicht mal brauchen. Wenn ich den jetzt wenigstens brauchen könnte. Ich muss ja gerade den Chat linsen. Obwohl, ich traue mich eigentlich gar nicht. Ja. Damit kann man bestimmt gut Eier klauen. Mh, 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 mh. Im Spielzünde. Okay. Die Milch kannst du in die S-Plus-Gefrierschränke packen. Ja, ja. Ich weiß. Aber dann müssten wir jetzt auch noch Stromversorgung bauen. Und ein, und ein, äh, da dieses, dieses Gerät. Der Gerät. Für, äh, den Gefrierschrank zu bauen. Was ist denn da jetzt? Verrottet nix. Äh. Ja, da gab's Koja knusprig. Braun gebrannt. Mhm. Der war gut durch. Hahaha. Sie versteht mich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Du, ich stehe auf dem Schlauch. Ach, ich soll was trinken? Bin schon wieder fast in Oma. Mh, ja, ja. Ich stehe sozusagen auf der Wasserleitung. Ähm, ich flieg mal hier raus. Das ist mir ein bisschen zu, ähm, heiß. Hahaha. Ist da ja was trinken, ne? Habt ihr ja gesagt. Ich hol mir das Ei nachher noch. Das sag ich dir. Ganz bestimmt. Das ist ja nicht. Du verdurstest im Spiel fast. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, jetzt hab ich das auferstanden, weißt du. Ähm, Feuerwehrschlauch war das. Da stand ich drauf. Ähm. Guck mal, da ist ein liebes Dreiki. Dann passiert mir bestimmt nix. Jetzt setz dich doch hin. Setz dich hin. Platz. Ja, ist gut. So. So? Ja? Oh Mann. So. Und weiter geht's. Sind wir überladen? Nein, sind wir nicht. Der Wirwern kann auch einiges... Äh, nein, nicht der Wirwern. Mein Griff hin kann einiges ab. Gesund ist er auch fast wieder voll. Das machen wir jetzt. Ich will das Ei. Oh. Ähm. Ich hätt mal gucken sollen, was das für ein Level ist, ne? Batterie. Mhm. Die Mod kenne ich noch gar nicht. Hat gruselt darum nix. Okay. Okay. Also, wir müssen dann nur einfach ganz schnell hier rausfliegen und dann ist das doch geritzt. Ist doch gebombt. Die Akku hat er ja auch nicht gezogen, als wir da in der Nische saßen, ne? Kann das sein? Wo war die Nische jetzt? Ich will jetzt nicht zu weit fliegen. Da hinten ist er. Ich guck mal nach dem Level. Wenn das Level hoch ist, dann können wir uns das überlegen. Weil wir haben ja auch noch ein Feuerei. Ein großes. Ich glaub 175 war es. Der bleibt da hinten, ne? Ist alles gut, richtig? Richtig. Äh. Wieso häng ich denn jetzt hier fest? No. Macht das so was nicht mit mir. Ich häng fest. Was ist das für ein Ei? Äh. Ich seh nix. Ich seh nix. Äh. Gleich fall ich in Feuer. Da. Och. Level 20. Das kann ich ja wegsnacken. Das lohnt sich doch gar nicht. Dann können wir uns Schwefel klopfen. Ich weiß. Man sollte jetzt das Ei am besten, ähm. Ach. Rosalz ist das. Das ist ja gar kein Schwefel. Rosalz ist gut. Ähm. Ich weiß. Man sollte jetzt das Ei am besten mitnehmen, damit ein neues spawnen kann, ne? Hm. Du bleibst da, ne? Du, du kommst nicht an, ne? Nein. Du bleibst was schön, wo du bist. Ich nehm mal hier das Salz mit. Das kann ich gut brauchen. Gib mir mal noch ein bisschen. Da war auch noch was. Ne, das ist nix da. Griffin, du pass auf, ne? Mach kein Quatsch. Nehmen und essen. Ja, und dann hab ich das blöde Wivernfee da am Hacken, ne? Freu ich mich. Ich freu mich jetzt schon. Ja, stimmt. Ich brauch eh Milch. Hast recht. Sind ja auch so feige zu sein. Nimm dir das Ei und dann haust du ab. Ähm, ähm, könntest du mal ein bisschen näher kommen? Nein? Doch. Oh, fall nicht in Feuer. Ey. Mach doch sowas nicht mit mir. Ja. Ah. Okay. So, pass mal auf. Ich stell mich jetzt da. So. So. Okay. Das geht? Geht das? Ja. Gut. Du bist da hinten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Hä? Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich trau mich nicht. Ah. Da kommt ja ja nicht. Oh, 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 doch. Hilfe, Hilfe. Nicht warten. Weiter, weiter. Los, los, los. Flieg. Flieg, 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 flieg. Hallo, du bist da sonst schneller. Komm, hat doch kein Mist hier. Oh. Ah. Zitt. Die Kurve kriegt er nicht. Oh. Hey, Wilke. Von wegen, der kommt ja gar nicht. Hab ich gesehen. Ich hör ihn aber noch nicht. Also ich hör noch nix, äh, bzzt machen. Wo ist das Vieh denn jetzt? Oh. Da müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja, ich weiß, ich zieh den jetzt genau hier hin. Wieso tue ich das? Weiß ich nicht. Wo ist er? Immer noch da. Wieso ist der immer noch da? Pass mal auf. Ich, ähm, ich geh jetzt mal nochmal nach oben. Dann mach ich nochmal einmal so einen Sturzflug. Es wird's hier, danke. Äh, so. Einmal weg. Yeah. Oh, ein Quetzi. So. Jetzt setzen wir uns hier hin und laden auf. Dann fliegen wir dem entgegen und machen den kaputt. Ja? Ja, ja. Ei essen. Ei essen. Genau. Aber wieso denn? Das könnte ich doch von der Titanboa schmeißen. Ich wollte gerade flüchten. Nur ein Petrone denn. Level 20, ja. Ja, klar. Der Blitzwirrwern, der da war, der war ja auch nicht größer. Eben, deswegen meine ich ja. Den könnten wir uns doch jetzt eigentlich schnabbeln. Und dann gucke ich mal, ob ich eine Titanboa kriege. Die kann sich dann um die Füße vom nächsten Giga wickeln. Okay, ich weiß. Das gibt dann wieder keinen. Wo ist er denn? Jetzt kommt gleich die böse Überraschung. Wo ist er? Hm? Achso, das ist der Quetzi. Der muss jetzt hier irgendwo an meiner Hütte sein. Boah, wie? Der zerlegt mir jetzt hier alles. Dann bist du ein totes Vieh. Obwohl, bist du sowieso. Ey, wo ist er denn? Die ist vor Ort oder was? Hm? Hallo? Ich hätte ihn nicht aus den Augen lassen sollen. Jetzt ist er weg. Hm. Ey, wo ist er denn hin? Ey, wo bist du denn? Da nicht? Hä? Okay. Hat sich anders überlegt. Er ist nach Hause geflogen. Der musste bestimmt noch Weihnachtsgeschenke kaufen oder so. Oh. Äh, der ist weg. Na, wenigstens war es kein Großer. Morgen, Barcelona. Vielleicht ist er so zuvorkommend und wartet daheim auf dich. Äh, ja. Nee, das will ich nicht hoffen. Nee, kann nicht sein. Der war doch hoch in der Luft. Der ist nicht hier unten. Nee, alles gut. Hier ist nix. Der ist, äh, weg. Ich kann ja fast nicht glauben, dass der Dief ausbauen sein soll. Irgendwie? Nun denn. Gucken wir mal gerade nach dem Ei. Uh, lauf dich gegen die Tür. Und brüten. Noch acht Minuten. Ist nicht mehr lang. Die brauchen Milch. Nee, die brauchen wir eh nicht sofort. Das dauert ja dann, bis der das erste Mal Hunger kriegt, der Drache. Wirwann, wirwann. Boah, ich merke mir das nie. Ähm. Der muss irgendwo sein. Kann nicht sein, dass er nicht, nicht ist. Gibt's hier denn noch was? Schlange. Und Skopio. Ah, da ist die Schlucht. Ich wollt grad sagen, kann doch nicht sein, dass hier keine Schlucht ist. Ähm. Ähm. Da ist. Vielleicht ist er das ja. Der hat die Suche aufgegeben. Wenn der jetzt Level 20 ist, dann wissen wir Bescheid, ne? Wach mal. Ähm. Kann ich durch deine gucken? Nee, kann ich nicht. Was ist das? Ein Level? Nee. 155. War aber auch ein Kerl, ne? Können wir nicht damit anfangen. Wieso setze ich mich jetzt hin? Gute Frage. Ähm. Das wollte ich gar nicht. Fliegen wir mal da hinten rüber. Gucken wir mal. Wird da sonst noch gibt. Ja, Väter sind nicht einfach, was Weihnachtsgeschenke betrifft. Da muss man sich echt was einfallen lassen. Da fällt mir jetzt auch nichts auf Anhieb ein. Höhöhöhöh. Gut, kann ja auch nicht. Ich kenn ja deinen Vater gar nicht. Ähm. Da. Wivern. Plütz. Kommt der uns bekannt vor? Nee. Aber es ist ein Level 90. Es ist ein Mädchen. Äh, nein. 165 kann das sein. Das ist ein Level 90. Das ist ein Level 165, glaube ich. So, und wie kriegen wir jetzt den Blitzwevern ohne den Giftwevern? Die beschützen da irgendein Nest. Und die sind zu zweit. Und das gefällt... Oh, guck mal. Ich stehe mir jetzt vor die Nasefliege hier. Dem hier. So mit halber Stamina. Finde ich das super. So, hast du mich? Ich glaube, ja. Hm, der hat mich. Einmal nach oben. Ich glaube, der hat mich. Ja, wusste ich. Wusste ich. Wusste ich. Wusste ich. Aber mein Griffen kann das ja ab, ne? Oh, oh, oh. Stamina. Kommen wir noch ein bisschen nach Hause? Ja, schaffen wir. Schaffen wir. Wo ist mein Carsten? Carsten. Wo bist du? Du musst hier irgendwo sein. Hallo. Boah, jetzt mach mich nicht schwach. Da ist der Carsten. Kommt der? Ich sehe ihn nicht. Soll ich mal gucken? Wo ist er? Ja, hinter mir. Alles klar. Ist er rein? Runter, 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 runter. So, geh rein. Warten. Oh, raus hier. Carsten zu. Carsten zu. Ja, und der sitzt jetzt leider da. Der muss hier rüber. Komm, da ist zu breit. Du kommst da raus. Gut. Oh. Okay. Gut. Haha. 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 Tü, tü, tü. Wow. Ja. Ja. Ich bin nicht nervös geworden. Nur ein bisschen. Ja, aber die Milch brauchen wir noch nicht. Aber der darf jetzt da warten. Ich lasse ihm den Griff hin hier stehen. Dann guckt er den immer schön an. Ne? Wie? Du fliegst da hinten weg. Das ist doof. Hat man ja nicht noch... Ja, wir haben doch noch so ein Behemoth-Tor, ne? Boah, ich wusste, dass ich das noch brauchen kann. Ich sperre den mal gerade ein bisschen enger ein. Weil den brauchen wir noch. Ähm, ähm, tü, 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 tü. Gib mir mal gerade das Tor. Hatte ich das da reingeschmissen? Ich glaube, ja, ne? Tü, 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 tü. Da ist es doch. Hier, guck mal auf die Acht. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Können auch krumm gucken. Auch kein Problem. Da. Die müssen wir jetzt ein bisschen dichter einsperren. So wie ich das mit dem Feuerwiffern gemacht habe, als ich den mit der Keule gebuckelt habe. Guck mal auf. Ähm. Ich habe ja ein Bett in der Hütte, ne? Guck mal auf. Der ist jetzt da mit dem Tor da beschäftigt. Jetzt machen wir mal das Tor. Da rein. So. Ha, 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 ha. Ja, ich, bei dem Feuerwiffern da mit der Keule, da hatte ich das noch eins näher herangesetzt. Aber da kommt er jedenfalls nicht raus. Da kann er nicht durchbacken. Das ist gut. Gut. Primestens. Dann können wir jetzt nach dem Ei gucken. Der ist ja bald soweit. Von hier. Alles gut. Käfig bleibt. Alles klar. Äh. Ne. Clouddancing. Alles gut. Du, ähm. Geht's dir gut? Wie viel Schaden hast du denn so gekriegt? Sag mal. Ich mute dir manchmal was zu. Ähm. Alles gut. Super greif. Klasse. Ja, gefällt mir. Ja, mein Level 90 ist ein bisschen groß, aber, ja. Okay. So, was haben wir hier? Mhm. Noch. Zwei Minuten und elf Sekunden. Das kriegen wir hin. Es brütet fleißig. Sehr schön. Gut. Was haben wir denn noch an, äh... Hier drin ist auch alles gut, ne? Ja. Alaska. Se de leere. Alaska. Danke für dein Follow. Herzlich willkommen im Frühstückstream. Ich hoffe, auch du hast einen Kaffee am Start. Wahlweise Tee. Wir haben hier gerade einen Wivern eingesperrt. Ich weiß gar nicht. Wie lange bist du schon hier? Hast du bestimmt schon mitgekriegt. Geil, ey. So ein heimischer Akzent. Ich werde bekloppt. Herrlich. Echt jetzt? Okay. Wie lang noch? Eine Minute 15. Und dann bauen wir vielleicht doch den Kühlschrank. Ich meine, Mantis haben wir hier um die Ecke. Kriegen wir alles hin? Kriegen wir alles hin? Perlen habe ich, glaube ich, auch ein paar. Irgendwo. Kriegen wir hin? Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Mein erster Eiswibbern. Level 85. Naja. Aber ich bin gespannt. Was es wohl wird? Ein Mädchen oder ein Junge? Den haben wir auch am Start für die Milch. Legen wir dann einfach erst, wenn das Drachenbaby soweit ist und was essen will, ne? Würde ich sagen. Da haben wir wenigstens noch was davon. So. Sollen wir hier Platz schaffen mit den Fackeln? In Fall 36, da dürfte eigentlich nichts passieren, ne? Oder? Ja, komm, der kommt jetzt sowieso. Aufheben. Hallo. Aufheben. Bitte. Danke. Wenigstens eine Lücke hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. War ja klar, dass ich jetzt Ursache, ne? Meins. Der ist ja grau. Der ist ja gar nicht weiß. Hey du. Knuddelchen. Äh, was sammle ich denn da? Ich bin wieder mit den Tassen verrutscht. Hey du. Hallo. Komm mal ein bisschen her, so. So. Nö. Nö. Äh, so? Wieso packst du da im Stein rum? Hallo. Komm mal her, komm mal her. Oh, gut, gut. Der steht noch wandern, ne? Äh, verhalten, deaktivieren. So, jetzt darfst du mal ein bisschen laufen. Oh, ist der niedlich. Kommst du? Wie kommst du hier? Hallo. Liebelein. Ah. Macht krachig großer. Komm, ich will dich mal anschauen. Das ist immer so halb im Stein drin. Oh. So eine dunkelgraue Haube. Blauen Bauch. Ansonsten grau. Ach süß. Und wärst du pink. Es wäre egal. Mein erster Eiswirbern. Alles gut. Schön. Bisschen überbiss hast du, ne? Ah ne, das täuscht. Ach, das verwächst sich noch. Ach, niedlich. So, dann zeige ich mal. Erstmal müssen wir dich mal hier auf, ähm, äh, b-b-b-b-B-Follow Distance, wo ist denn das? Folgeabstand ändern von Mittel auf, jetzt machen wir mal auf Niedrigste. So. Dann können wir dich hier wenigstens ordentlich navigieren. Und dann brauchst du einen Namen. Aber ich möchte jetzt erstmal wissen. Du bist ein Junge, ne? Es ist ein Junge. Hier, guck mal. Kannst du, ähm, vom Blitzwürf in das Ei haben noch? Wie? Achso, du nimmst das ja gar nicht. Trägst du ja noch gar nicht. Was haben wir denn da? Gesundheit. Der kommt mit 5.591 Leben daher. Ausdauer 440. Sauerstoff unbedingt notwendig. Äh, Nahrung 4.000. Joa, geht aber. Also, ich hab schon Schlimmeres gesehen. Traglast 505. Nahrkampfschaden mit 217. Topor 4.300. Joa. Kann man was mit anfangen? Kann man mit arbeiten? Ja. Du bist noch Follow, ne? Ja. So, gucken wir mal richtig. Ey. Mega süß. Ich hab mal Eiswürf. Ich hab mal Eiswürf. Ich hab mal Eiswürf. Hab ich noch nie gehabt. Schön. Äh, warte mal. Öl. Noch passt ja durch die Tür, ne? Ja, noch ist gut. Ähm. Das machen wir mal aus. Die heben wir mal auf. Machen wir mal ein bisschen Ordnung hier. Dann ist er doch nicht mehr so laut. So. Gib mir das mal. Deh. Ah, eine Wohltat. Der ist schön. Der ist echt hübsch. Der ist silbern. Guck. Der ist richtig silbern. Ich muss mal grad hier die, die Dinge ausmachen. Guck mal. Oh. Knuddelig. Wie sieht's mit deinem Hunger aus? Gesundheit, Ausdauer, Sorge, Nahrung. 963. Ach, das dauert ja ewig, bis der mal was essen muss. Ist doch gut. Ist doch gut. Lass doch so. Der erinnert an Kujas Loki. Ja? Sieht er, sah Loki auch so aus? Oder sieht Loki auch so aus? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. War der auch silbern? Silberrücken? Ja, türkis oder grün. Oder wenn da drinne wer weiß ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht gesehen. Kann ich also daher nicht beurteilen. Also ich finde es schon schön, dass das hier so silbergrau, dunkelgrau und blau ist. Aber der hätte mir auch so gut gefallen. War ist der nicht toll? Haben die alle so türkisfarbenen Augen? Der ist schön, der ist schön. Yay. Das ist schön, der ist schön.